brichtastisch geht es weiter ich habe erst jetzt etwas beziehungsweise beim letzten mal wo ich mit der brennenden hurricane gespielt habe etwas so richtig gerafft und zwar das neue feature hier mit einladungen und raum beitreten und so weiter dachte ich zumindest kann man einstellen und zwar komplett jetzt habe ich hier noch mal nachgesehen einladungen alle sperren nur damit stellt man lediglich die so wie der name schon sagt einladungen aus das heißt ansonsten würden hier alle zwei sekunden zehn fenster aufgehen spieler xy hat sich eingeladen zu seinem raum aber ich kann jetzt hier ich kann den raum irgendwie nennen das ist vollkommen egal erstelle hier keksplanet von nicolas free die wollte ich eben zocken doch dann war der raum der server schon wieder so voll und zack irgendwie es ruckelt keine ahnung jetzt muss ich nach jeder runde den server wechseln weil jeder diesen hier das war das das waren 0,37 millisekunden so und ich habe auch hier mit game beitritt ausgestellt denn das sollte jetzt hoffentlich das problem beheben muss ich mir ansehen denn wenn jetzt jemand klickt steht hier mit game beitritt ist ausgestellt und hoffentlich ist das dann nicht eine anfrage an den raum hinein denn ich möchte jetzt nicht übertreiben oder überheblich klingen aber man hat gesehen wie schnell hier zehn leute drin waren da klicken locker zwei bis 300 am wochenende direkt rein und zwar jede sekunde und wie viele anfragen das an meinen raum sind wie viele ressourcen das fressen muss der muss ja jedes mal fragen ist der raum offen hat er ein passwort oder welches passwort hatte und so weiter sind spieler drin kann ich schonen und das ist heftig ich meine ich kenne das ja früher haben die leute alle zwei sekunden mein profil geöffnet und sich gemerkt wie viele kills und tode ich habe um dann zu sehen ob ich eine runde gespielt habe oder afk in der lobby bin aber nun steht das ja direkt dran das heißt wenn ich in der lobby bin und man klickt raum beitreten steht irgendwie dass ich gerade nicht spiele oder so und so weiter je nachdem beziehungsweise dass ein passwort im raum ist und das ich dachte das kann man ausstellen und das ergibt für mich einfach keinen sinn dass man das anlassen kann das ist ja so wie privatsphäre nö tschüss keine privatsphäre sagen wir mal genau es gab ja die bazooka irgendwann da muss ich jetzt mal kurz hier runter sagen wir mal vielleicht ein blöder vergleich aber justin bieber der hat auf seiner facebook seite einen button rechtsklick automatisch ins restaurant gehen wo gerade justin bieber sein mittagessen ist cool so ein feature wünscht er sich bestimmt das ist ja genial das heißt ich kann jetzt nie mehr es sei denn ich erstelle ein passwort und das passwort spricht sich ja das spricht sich so schnell rum selbst wenn ich einen raum erstelle der heißt only brick trend dann sind unter diesen ersten zehn leuten schon ein paar dabei die nicht aus brick trend sind weil die freunde von freunden aus brick trend irgendwie das passwort dann an ihre freunde weitergeben und so geht das dann weiter von daher passwort wer mir das sagen will jo macht doch ein passwort rein bringt nüsse ja und eben nicht nur dass ich kenne das ja schon also ich bin schon abgehärtet was das angeht jeder will zu schilling und so weiter ist ja auch ganz cool irgendwie stört mich ja in dem sinne nicht aber wenn dann dieser button so richtig hart gedrückt wird einmal in der sekunde oder sogar noch öfter zack 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 raum beitreten raum beitreten zack raum beitreten und gleich noch mal so der hat ein sniper ich muss jetzt mal in dieses portal denn da kommt man irgendwie raus aus diesem keks jo die army läuft mir hinterher ihr könnt ruhig gehen ihr könnt ihr könnt spielen ihr dürft spielen so ich gehe jetzt hier rein und was machen sie sie gehen gar nicht rein das ist ja mal ein ding oder doch so jetzt sind die aber hier alle ja das ist echt heftig also es wäre wirklich cool wenn man das ausstellen könnte ich weiß nicht ob da vielleicht noch jemand das verlangen danach hätte oder ja ich meine hier jetzt irgendein spieler der bekommt sicher nicht 100 anfragen pro sekunde in welchem raum er gerade ist aber das ist ja wirklich ein feature welches ich mir überhaupt nicht gewünschen hätte aber gut gestalkt und so weiter werde ich ja schon monatelang aber das ist ja wirklich das beste hardcore stalker tool case no nates da gehe ich mal ein bisschen weg gut aber ich denke mal die server werden schon merken was dieses feature so anrichtet hoffentlich kann man das mit mit game beitritt ein wenig eindämmen aber mal schauen auf jeden fall gerade ein bisschen nervig double und jetzt hier triple jetzt geht es mal los dreier dann da unten auch schade da war ich zu spät die map finde ich echt witzig denn die farben sind wirklich eins zu eins so wie ich mir einen chocolate chip cookie vorstelle das ist ganz cool gemacht und genau diese leute werden ich möchte einfach einen raum eröffnen wo leute spielen die mich nicht kennen denn ansonsten habe ich immer und es ist immer so drei vier leute dabei in dem team und das ist gerade mal fünf gegen fünf die mir immer nachlaufen immer und wenn es dann hart auf hart kommt und ein gegner ist da dann schauen die mich nur an und lassen mich sterben es ist einfach keine ahnung das ist kein spielen das ist irgendwie ja nett jemanden zu stalken aber okay egal ich wollte das nur mal sagen ich möchte da gar nicht ragen oder so aber ich war mir dem gar nicht so bewusst ich dachte alles sperren hier das sperrt auch alles wie der name schon sagt aber anscheinend doch nicht oh das portal bekämpfen mit nahkampf ist auch mal eine gute idee was man machen kann au da habe ich nicht weit genug hinauf geschaut aber okay damit muss ich leben ich denke nicht dass dieses feature wieder entfernt wird denn eigentlich ist es ja ganz nett nur diese einladungen hätten eigentlich gereicht denn wer möchte dass irgendein random spieler einfach rechts klick raum beitreten drückt selbst wenn ich jetzt nicht irgendwie so die ganze zeit gestalkt werden würde weil ich ein paar videos hier von brickforce machen und ein paar leute mich kennen ich wüsste nicht wieso jemand einfach so rechts klick raum beitreten machen sollen könnte keine ahnung also diese einladungen schön und gut das passt ja aber einfach so rechts klick beitreten und man weiß sofort wo der ist und kommt dann sogar in den raum hinein naja so da oben sind immer ein paar von denen dem werde ich aber ein ende setzen aber es ist nicht falsch verstehen es hat auch vorteile denn das sind dann wirklich nur leute drin die mich kennen und auch mit mir zocken wollen das heißt nichts damit irgendwie die oh special community play oder so keine ahnung bei mir ist jedes video ein community play weil diese ganzen leute da sind weil sie mit mir zocken wollen oder gegen mich um mich zu trollen und alle auf mich aber egal ich kenne es ja solange es spaß macht oh bazooka geht ja alles noch klar nur wenn dann eben die lags zustande kommen und man wird mich auf jeden fall öfter sehen dass ich den play wechsle oder das play den server der die das play das heißt ja jetzt gar nicht mehr play deshalb bin ich da immer ein bisschen verwirrt weil jo dadurch weil das eben ach komm schon steht vor mir und wirft eine schneeballgranate dadurch dass eben was wollte ich sagen dass dieses feature nur funktioniert wenn man am gleichen server ist ja wechsel natürlich sofort diese ganzen 100 leute die rechtsklick beitreten wählen wechsel natürlich auf den gleichen server und wenn ich online bin ist egal wo ich bin immer der server voll jetzt nicht instant aber nach einer zeit alter schwede der wirft eine rakete rein und ich habe sofort instant alles gezogen bekommen hier ist doch keine so gute stelle wie ich dachte einmal riskiere ich es noch der kommt jetzt wieder und schneeball junge ma 15 das gibt es ja nicht hast du spezielle 40 prozent oder was nice one schneeballgranate 15 sorry für diesen spitznamen war nicht so gemeint war nicht so gemeint war nicht so gemeint hey ma was geht wo war dein schneeball da war ich jetzt aber ein bisschen überrascht dass da kein schneeball kam aber einsicht ist der erste weg zur besserung ok noch zwei minuten ich muss dann auch gleich wieder offline ok die bekämpfen jetzt das portal dann muss ich einen anderen ausweg suchen ich weiß leider nicht so genau ich habe noch nie bei team blau gespielt wie es bei denen so aus sieht alter schwede egal wo man hingeht da kämpft sofort jemand oder nicht kämpfen der zieht das durch der macht hier eine schneeball schlacht und zwar auf dieser wüstenartigen keks map der hat eben ein scharfschützengewehr ich wusste es der muss zuerst sterben und schneeball zum glück fliegen die nicht so weit das ist unglaublich der wirft egal tut mir leid ich möchte nicht damit anfangen nur das doofe ist die schneebälle prallen jetzt irgendwie nicht mehr so oder die giftgranaten nicht mehr so heftig ab und die kann man auch schön hier direkt in ein fenster hinein zielen ja noch einfacher geht es ja eigentlich kaum aber gut so können noch leute mit eher wenig aim ein paar kills erlangen immerhin mussten sie die aua schneebälle schneebälle ja auch mal wo und nahkampfschneebälle das also wenn ich sowas wirklich sehe eine ganze runde lang mit so jemandem zocke ich nicht mehr ganz ehrlich tut mir leid also solche leute das ist für mich kein spielen das ist für mich kein brick force ich laufe ja auch nicht so herum die ganze mit und das rate ich nur jedem vielleicht kann man da gemeinsam gegen solche spielweisen vorgehen einfach nicht mehr mit solchen leuten zocken vorausgesetzt man spielt selbst nicht so man kann nicht sagen ey du snow nade noob wenn man selbst die ganze zeit so zockt das geht natürlich nicht hier zack nochmal schnell rausgeholt denn anders geht es ja nicht Warteraum der nachteil natürlich jetzt ist es 4 gegen 4 weil ich mit game ausgestellt habe das heißt im nachhinein kann niemand mehr hinein join in so bewertung 6 tode ich denke mal davon waren 4 mit den schneebällen oder bazooka obwohl bazooka ist gar nicht mal so schlecht also mit der muss man auch ein bisschen naja egal ich will nicht davon reden so lecker jetzt habe ich bock auf kickse bewertung so nur aus interesse nur aus interesse spezielle hey das manchmal versteht man es auch nicht so ganz 8,6 prozent aber die schneebälle gab es ja seit kurzem und das waren jetzt locker keine ahnung egal so viele aktionen wo ich das gesehen habe und ich sehe ja nicht alles hier gut okay das video sollte gar nicht so rand mäßig rage mäßig werden und ich rage auch gar nicht diese thematik und so kennt man ja schon ich finde es nur witzig irgendwie keine ahnung ja rechtsklick raum beitreten rechtsklick raum beitreten ich kann jetzt hier ein passwort machen und dann geht das vielleicht nicht ich bin mir nicht so sicher ich weiß es nicht keine ahnung aber der punkt ist nur ich gehe jetzt hier mal kurz raus der punkt ist ich kann auch keine videos mehr machen so im sinne von zufällige räume denn wenn ich jetzt hier wo reingehe so ich suche mir einen raum zufälliger raum 9 von 16 oh nicht 9 von 16 16 von 16 nächster raum 5 von 16 oh nicht 5 von 16 16 von 16 so nächster raum 7 von 16 oh nicht 7 von 16 16 von 16 das ist einfach unglaublich und die leute machen da die ganze zeit mit und weiter bis sie keine ahnung was bis ihre maus kaputt wird immer die gleichen das ist ja wirklich der hammer oh password password sorry so hier also wie gesagt zufällige räume wird es nicht mehr geben also schon dass ich hier durch zufällige räume gehe aber das wird dann nicht mehr zufällig sein denn ja ist einfach so ich finde es aber irgendwie gerade amüsant so nochmal hier xp 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 hey was macht ihr hier in xp räumen ja 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 böse Buben hier alle joinen hinein oder nochmal Empire irgendwie ich muss sagen das macht mir gerade ziemlich viel spaß die leute an der nase herum zu führen doodle jump und voll oder neuer raum blablababababam 16 leute oh moment was ich hier machen kann spieletrend.com erstellen so raum voll dann nochmal spieletrend.com erstellen und nochmal oh das könnte ich den ganzen abend lang machen spieletrend.com und ich weiß sogar dass es den leuten nicht langweilig wird die würden das auch den ganzen abend lang machen aber irgendwie der name übernimmt sich nie das ist witzig ich weiß ich es ist gerade ziemlich doof und stupide was ich hier mache aber keine ahnung ja der name hat sich mal übernommen das ist schon ja einfach nur roffel copter lol wtf barbecue und gleich nochmal eventuell sollte man diverse features nochmal überdenken schilling com wieso heißt der raum schilling jetzt muss ich mal kurz schauen ist noch ein spieletrend.com raum offen denn die gehen ja natürlich alle sofort wieder raus denn sie müssen ja jo einer ist offen 15 von 16 und alle und wieder leer alter schwede es ist zu köstlich so jetzt nochmal kurz hier die übersicht sowas vorhin und zack wieder voll und das waren jetzt hier eine runde war das eine runde ich war vorhin wieder am leeren server ich glaube das war von zwei oder drei und zack so hat sich es aktualisiert wenn ich jetzt noch zwei drei runden spiele wächst das wächst das wächst das und irgendwann manchmal zocke ich eine nacht durch mehrere stunden und jetzt ist jetzt ist beileibe keine prime time knapp 23 uhr schon fast wenn ich so um 18 uhr online bin zack stürzt ab ich wechsle zack stürzt ab ich wechsle und da kann brickfoss nichts dafür die müssten zehnmal so große server machen nur für einen nur wegen mir also das soll nicht überheblich klingen aber ich meine nur was wäre wenn gronk brickfoss spielen würde da müsste man hundertmal so große server machen einfach wegen dem prinzip dass man leute so hardcore stalken kann heftig einfach nur heftig und egal wohin ich gehe dieser weg wird kein leichter sein denn nach zwei runden ist der server am abschmieren okay das wollte ich mal so kurz zeigen ich fand das gerade ziemlich amüsant weil ich das selbst noch nicht so wusste und dann geht's bricktastisch beim nächsten mal weiter geht in deckung 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 geht in deckung